Seit dem Frühjahr 2019 wird hier in dem Stadtgebiet Mainz auch der Taser eingesetzt. Die Kollegen, die den Taser einsetzen mussten vorher eine zweitägige Ausbildung durchlaufen und sind jetzt berechtigt den Taser im Einsatz einzusetzen. Der Taser ist ein hilfreiches Einsatzmittel für die Kollegen. Es ist immer noch eine weitere Stufe oder ein milderes Mittel hin zur Schusswaffe und hilft den Beamten doch geringerschwellig einzuschreiten. Der Taser wurde vorgestellt, wurde dann ausgebildet und ist auch, glaube ich, absolut akzeptiert worden von den Kollegen. Das polizeiliche Gegenüber ist mit einem neuen Einsatzmittel konfrontiert und unsere Erfahrung zeigt, er wird mit Vorsicht wahrgenommen. Gerade im Einsatzfall ist es so, dass meistens die Androhung schon reicht, um das polizeiliche Ziel zu erreichen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen. Also wenn man den Taser, man kann ihn auslösen, ohne dass irgendwie schon das Gegenüber was spürt. Er sieht nur Lichtblitze und auch ein unangenehmes Geräusch. Und das zeigt die Erfahrung, auch bei dem Pilotprojekt in Trier, dass das schon reicht, um den polizeilichen Einsatzzweck zu erreichen. Wir haben die Androhung des Tases, wo wir nur auslösen. Dann haben wir noch den Kontaktmodus, bei dem der Taser direkt auf den Körper gedrückt wird und ein direktes absolutes Schmerzempfinden bei dem polizeilichen Gegenüber entwickelt. Und wir können die Pfeile abschießen, die dann einen Spannungsaufbau zwischen den beiden Pfeilen, die dort abgeschossen werden, aufbauen und eine direkte Immobilisation hervorrufen.